So, hi Leute! Nun mal heute eine ganz kurze Frage zwischendurch. Ich bin gerade bei mir eventuell ein neues Kanaldesign für M-Molter-Video zuzulegen. Jetzt ist die Frage, was haltet ihr von meinem alten Kanaldesign? Ich kann es euch mal einblenden oder mal sagen, ihr seht es jetzt. Und hier wäre das neue jetzt. Das ist mehr so im Zeitungslook, ein bisschen erwachsener, aufgeräumter, weil viele immer behaupten, generell alles bei mir ist zu bunt. Und einfach mal eure Meinung dazu. Ist mein altes Kanaldesign okay? Oder ist das wirklich eindeutig zu bunt oder zu krachig? Oder gefällt euch dieses etwas einfachere Design von diesem Zeitungslook? Er wirkt vielleicht auch etwas erwachsener. Teilt mir mal eure Meinung in den Kommentaren mit. Ich schreibe einfach auch mal zwei Kommentare selber rein und kommentiere auch erstmal nichts von euch. So bleibt das oben. Da könnt ihr mit den Bewertungsfunktionen bewerten, welches Kanaldesign euch besser gefällt. Denn ich bin im Moment etwas unentschlossen, was ich machen soll. Tja, also dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.